Ich stecke zwei Stäbchen in die Mitte des Quadrats und gebe zwei Federn darüber. Nun kommt dieses Teil oben drauf. Nur ein paar Seitenwände noch. Sind diese Augen nicht lustig? Und ein bisschen Farbe schadet auch nicht. Willst du mal sehen? Der ist ganz süß, oder? Schau zu und lerne. Hast du Hunger, kleiner Mann? Isst das auf. Was? Ich will das auch mal ausprobieren. Unglaublich! Yay! Das war's!